Ich sterbe. Aber Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Affreditschrank nehmen. Den ist auch unbedingt schön. Das einzige Problem, wir brauchen dann noch eine TV-Women, aber die gleich kommt. Gleich holen wir Teig zum Affreditschrank nehmen. Dann werden wir gewinnen, weil wir auch ganz viele Kameraden hier haben, die auf ihnen feuern. Auf den anderen. Und das wird das allergeilste Level, das hier unterbettelt, das hier auch für die heutige Folge dann geschehen wird. Die allergeilste Folge. Weil wir holen ganz viele Krankspielker, die am Ende stehen werden. Aber erstmal sterben wir. Okay, holen wir ab. Du musst keine Bank ausrauben, um dir Nachhaltigkeit zu leisten. Oh, ich hab nicht das Spiel. Krankspielker. Und dann werden wir es schaffen. Wir brauchen nur ganz viele... Ja, Pferdenkämpfer, der erste ist Korrektraum. Guck mal, die sind drin 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 drin. Oh! Wir werden es nicht schaffen. Mal, wenn wir ein Öl-Tack-Dummchen finden. Ah! Ah! Warum jetzt das? Ah! 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 Du musst keine Bank ausrauben, um dir Nachhaltigkeit leisten zu können. Ah! 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 Wir müssen erst morgen, ach, dann brauchen wir noch Glocken, aber dann brauchen wir noch die anderen und dann kann es nicht gehen, dann kriegen wir ihn. Du musst keine Bank ausrauben, um den Nachhaltigkeit zu lachen. Du musst keine Bank ausrauben, um den Nachhaltigkeit zu lachen. Alle, wir brauchen noch ein TV. Wir brauchen noch ein TV, dann schaffen wir es. Und dann noch die andere und dann P-P-P-P-P. Okay. Kommt, du darfst dann drüber, oder wenn wir es auch dann schlafen, könnte auch möglich sein. Oder wenn wir es nicht schlafen, können wir machen ihn wohl. Das ist das letzte Schlafen. Du musst keine Bank ausrauben. Langsam reden, dann wird Klaus geschickt. Ja. Ja. Wir machen jetzt laut, okay? Beholt, dass es euch ist, weil ich kann es mir jetzt ja nicht so viel merken. Ich kann es auch nicht so viel merken. Ich kann es mir jetzt nicht so viel merken. Ich kann es mir noch merken. Ich kann es mir noch merken. Alles merken, was ist mir in meinem Kopf. Schauen. Wirklich? Das ist nicht so viel merken. Ich weiß nicht, was ich jetzt nutze. Wabbelflug. Ah! Hier aber. Bam! Die Geräusche. Und sie alle mit den Farben. Für 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 für. Du musst keine Bank ausrauben. Dann steht die Verschwärmung aber. Ich glaube nicht. Leute. Wir machen die. Ah! Ah! Wer ist denn die? Wer ist denn die? Ich bin ehrlich. Guck, er verliert ein bisschen Leben. Ah! Oh, das. Hat die hat. Uuuuuh! Gesagt die Zuschauer. Wir werden gleich nochmal, wenn wir ein paar mehr haben. Okay. Dann gucken wir noch die. Außerdem. Habt du das gemacht hier? Oh! Ich nicht. Aber hier. Und schau, Stella. Du musst keine Bank ausrauben. Hopp. Schon im Hirn. Oh! Wie geht's bloß weiter? Ja, jetzt geht's fast weiter. Ja. Weil wir auch Camerot bekommen. Schau. Schau dir das nochmal, Leute. Mal. Oh! Aber der wird nicht so einfach. Ah! Ah! Ich bin da glass. Ah! 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 Die Kamera hat da gehört. Du musst keine Bank. Aber das ist voll stark. Guck mal, jetzt haben wir nur wenige vor den ganzen Graben hier. Obwohl, wir brauchen auch das Recht, dass man die Kamera kommt. Sonst werden wir den Sexsatz nicht besiegen. Hier die eine Schieße auf den weißen Haaren gibt. Du wolltest das auch in der letzten Folge machen, in der ein... In der ersten... In der ersten... Kannst du es mir erinnern? Guck! 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 Hier, hat er noch ein kleines bisschen nehmen. Du musst keine Bank austauschen. Aber die Werbung halt, ne? Die kann das Leben von mir austauschen. Guck! Auch von mir... Und ich hab... Ab heute krank gehen. Guck! 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 Ich bin nascherstark. Kommt das dann nach? Ja, das kommt dann, glaube ich. Also wir brauchen nur einen reichigen Toiletten, dann haben wir eine neue Toilette. Aber dann machen wir auch alle Toiletten weg. Wir bekommen hier später noch etwas. Aber ich glaube, es klappt dann nicht. Jetzt hat der Film mehr Leben verloren. Aber wir schaffen es halt nicht. Abfällt den Schrank, Mann. Ist schon... Was weiß ich nicht. Ach, ist Waldjacken. Mann, Mann. Aber dann machen wir nur meine Charaktere. Ich weiß nicht. Nee, so lange. Das ist alles. Aber nicht so lange. Dann haben wir einen starken Charakter. So die einen oder anderen. Aber der ist halt so nicht so starken Charaktere. Und der letzte Bart. Und der letzte Bart. Und der letzte Bart. Ich hab's genommen. Scheiße. Auch Teichenschrank. Wenn der Teichschrank kommt, solltet ihr es. Ja. Na, tut. Na, tut. Na, tut.